Aarha herrn vorstet willkommen zur neuen Folge auf meinem Kanal die Eintracht die vor ja ein wir spielen er auch war auf der Nähe oder wie man das auch spricht ist ja auch egal denn warum jetzt erst mal die letzten Tage keine Videos bekommen sind ich war im Center Park an der Bespieler Heidel mit Luke Kälte ich hatte Kälte der Kälte und sei er konnte deshalb auch jetzt keine Videos erst mal mache ich habe da wie noch gemacht die werden vielleicht auf YouTube kommt vielleicht das weiß ich nicht so gut ich weiß von der Fähre ist von der Fähre hat immer nach oben der Tief die Werbe stimmt voll gut ich freue mich voll so also ich kann es nicht versprechen vielleicht Leute okay und zumal es ist hier heißt es ist heilig für die Welt Leute ich weil ich habe geschrieben ich habe hier geschrieben wartet der Kurs und Co S G und ich schaue und spiel sie an sich auch und ich sage auch noch geht es auch also Leute es ist tut mir leid ich war an den Tag es bloß hier hat es ist also es ist es ist so auf es ist so und wir können sich einfach mal auf die Runde es ist es ist es ist es ist es ist es ist ein alles klar okay wir gehen jetzt mal rauf alles klar kann ich auch okay okay welches Team ist eigentlich gelb ich lasse ich dass die anderen erst mal betteln alles klar ich muss jetzt irgendwie einen eleganten Weg angehen der hoffentlich nicht so enden wird ok ja fuck die schreien alles klar können wir hier nochmal einsammeln fuck Leute ist klar fuck Leute oh mein Gott oh mein Gott okay 1-1-1-1-1 fäck dich alles klar alles klar okay Leute nur noch rot und gelb und ich bin gelb ja rote war aber echt gut okay nein ja geil Leute GG alles klar geil ich bin einfach noch eine runde aber wo jetzt viele drin sind da gehen wir mal hier ich denke mir diesmal werden wir nicht so viel Glück haben das Video ich bin ein bisschen das Video geht weiter doch dass los jetzt aber da geht viel da da hin. Was bleibt bei mir? Bitte 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 Fuck Leute! 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 Jetzt bald, also noch diese Woche wird noch der 24 Stunden Livestream kommen Men! Wo ich mich auch schon sehr darauf freuen mit Luke Cracker LP Und ja, also ich habe echt, ich muss mal ganz ehrlich sein ich habe auch nie 24 Stunden echt durchgezockt haben anscheinend schon sehr viele aber ist ja auch egal ja und ich freue mich, wir werden wir werden anscheinend ab und zu mal einpennen und ja also ich, wie gesagt, ich freue mich ähm Was war das? und ich habe das F**k. F**k. Ok. Kann man da hoch? Nein. Doch, kann man. F**k. Ich verbrauche jetzt meine ganzen Änderungen. Wow f**k. Oh mein Gott. Alles klar. Was jetzt erstmal schon... F**k. F**k. Leute... Ok, komm los her, komm los her, komm los her, ist schon ok. F**k dich, ist schon ok, f**k dich. Alles ok, f**k dich. F**k dich, f**k dich. Ist ok, ist alles ok, f**k dich. F**k dich, f**k dich. es ist eh hallo spätig ist es ist 9 ich würde sagen noch eine Runde und nicht schnackguckern die die ich bin normalen aber ich lasse es jetzt einfach so hey ich hab den Gommenselber noch nie so leer gesehen Leute das ist echt unfassbar Ich muss es erst einmal zeigen. Hier, passt auf Bad Wars. Seht euch das mal an. Alle Lobbys. Okay, die ist voll. Aber fast alle Lobbys sind leer. Und ja, Leute. Das war es dann auch schon wieder mit der Folge. Und ich freue mich schon aufs Livestream. Also, Leute. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Ciao.